Der Gärtnertipp von der Qualität Tirol Gärtnerin Martina Falk. Wir von der Gärtnerei Falk in Schnann wissen, dass Pflanzen in höheren Lagen besondere Pflege brauchen. Damit sich oberhalb von 1000 Metern eine üppige Blütenfracht empfaltet, sieht man die Balkonblumen nicht zufrieden ins Freie geben und die Eisheiligen abbehalten. Wenn nötig, Pflanzen in der Nacht mit Flies schützen. Wir beraten Sie gerne. Sie finden uns direkt an der Schnellstrasse Richtung Adlberg auf 1165 Höhenmeter. Qualität Tirol, die gefällt mir! Das ist eine Schnellstrasse Richtung Adlberg auf 1165 Höhenmeter.